Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch zeigen die unterschiedliche Text-to-Speech-Software, die es gibt und ich habe gefunden im Internet. Ich habe hier Speechelo. Speechelo ist vielleicht eine von den bekanntesten Text-to-Speechs, die ich gefunden habe und ich finde es sehr gut. Ich finde und ich denke, dies ist eine von den besten Text-to-Speechs. Es gibt auch noch andere Optionen, aber persönlich finde ich diese am besten. Es kostet so wie 50 Dollar, um einmal zu zahlen. Ja, ich denke, es ist ein Tool, das ist gut zu haben. Und ich möchte hier euch zeigen, wie es hört, die deutsche Stimme. Ja, natürlich, es ist nicht sehr gut oder sehr optimal, die beste, aber es ist einfach gut und hören wir auf. Geben Sie Ihren Text ein, wählen Sie eine Sprache aus und klicken Sie auf Speak. This is a preview. Und ihr habt jetzt gehört, ja, es ist nicht sehr robotisch, zum Beispiel diese anderen Wallen sind, ich finde, mehr robotisch. Hören wir. Geben Sie Ihren Text ein, wählen Sie eine Sprache aus und klicken Sie auf Speak. This is a preview. Und wenn wir einen Vergleich und zwischen dieses künstliche Intelligenz, Stimme und dieses Standard Voice, ja, natürlich, dieses ist viel, viel besser. Und ich zeige euch auch die Möglichkeit mit Twinkle. Twinkle ist ein, auch eine Online-App. Wir können hier jetzt Musik oder Soundeffekt finden. Ja, dies ist die, die Hauptsache von dieses Tool. Aber hier finden auch wir die Möglichkeit, so die Text-to-Speech benutzen. Natürlich, wir haben auch hier Deutsch, aber ja, es ist, ich finde auch, robotisch. Geben Sie Ihren Text ein, wählen Sie eine Sprache aus und klicken Sie auf Speak it, um ihn anzuhören. Ja, so, wir haben jetzt diese Texte und wir haben auch diese Möglichkeit, andere Stimme auswählen. Geben Sie Ihren Text ein, wählen Sie eine Sprache aus und klicken Sie auf Speak it, um ihn anzuhören. Und ja, aber es gibt auch diese Möglichkeit mit Twinkle. Nicht die beste, aber es ist eine Möglichkeit. Hier auch in Twinkle gibt es für die Video-Creators noch auch Video-Effekte. So auch diese Möglichkeit es gibt. Und natürlich Google Cloud die Cloud Text-to-Speech für alle die Profis in die Google Cloud. Es gibt auch diese Möglichkeit, ich habe von hier den Text kopiert und wir probieren dieses Mal. Aber leider, mit diesem wir brauchen ein bisschen Konfiguration und wir müssen eine Erstellung von dieses Google Cloud in dem PC machen. Aber das nimmt ein bisschen mehr Zeit. Aber viele von dieses Tools, zum Beispiel Blaster, Twinkle oder hier später, ich zeige euch, SilverPocket, die benutzen Google Cloud oder Poly oder Microsoft. Und hören wir hier. Geben Sie Ihren Text ein, wählen Sie eine Sprache aus und klicken Sie auf Speak it, um ihn anzuhören. Und ja, ich finde noch robotisch. Aber ich möchte auch euch zeigen, CyberPocket als auch eine Alternative. Wir finden dieses in den Vato Market. Einmal kann dieses für fast 70 Dollar und man kann die Regular Lizenz kaufen oder die Extended Lizenz. Und wir konnten auch einen Online-Business bauen. Und ich möchte euch zeigen, wie es geht. Wir konnten hier auch probieren. Wir, mit dieses Tool haben wir auch diese Möglichkeit zu einem Website erstellen. Die ist für die Text-to-Speech. Wir haben jetzt hier den Zugriff. Und wir sehen auch und probieren wir als Admin. Ja, natürlich haben wir hier das Dashboard. Aber wir gehen direkt. Wir gehen direkt zu den Stimmen. Wir haben auch die Möglichkeit zu Arabisch, Chinesisch, Englisch natürlich, Italienisch, Portugiesisch und so weiter. Spanisch natürlich auch. Und probieren wir auch hier die deutsche Stimme. Und die Sache hier, wir haben mehrere Optionen zu wählen. Und wir haben hier Katja zum Beispiel. Und probieren wir aus. Geben Sie Ihren Text ein. Wählen Sie eine Sprache aus und klicken Sie auf Speakit, um ihn anzuhören. Und wir haben gehört, dass diese Stimme ist die gleiche als Picello. So, ja, es gibt nicht sehr viel Unterschied. Aber wir haben hier mehr Optionen zum Beispiel. Mit Cloud Machine Learning kann Ihre Anwendung Texte, Bilder und mehr interpretieren. Mit Cloud Machine Learning kann Ihre Anwendung Texte, Bilder und mehr interpretieren. Mit Cloud Machine Learning kann Ihre Anwendung Texte, Bilder und mehr interpretieren. Hallo, ich kann jeden Text lesen, den Sie hier eingeben. Und diese ist die gute Sache von Cyberpocket. Wir haben mehr Auswahl und auch die Möglichkeit zu einem Online-Business zu machen. So, aber diese sind vier Alternativen. Ja, natürlich, Google Cloud braucht mehr Erstellungen. Aber ansonsten, Cyberpocket finde ich als einen von den Besten. Auch Speakiolo. Und am letzten Twinkle. Aber Twinkle ist es mehr für die Musik und die Sound-Effekt. So, ich hoffe, dass dieses Video hat Ihnen geholfen, wenn mein Deutsch nicht sehr gut ist. Ich habe auch mein englisches Video. Danke für's sehen. Danke für's sehen. Wir sehen uns auf destruction. Danke für's. Bis zum nächsten Mal.